In den Tiefen eines uralten, knorrigen Waldes, wo Sonnenstrahlen nur mühsam durch das dichte Blätterdach dringen konnten, lebte ein kleiner Kobold namens Knirps. Mit seinen feuerroten Haaren, spitzen Ohren und einem frechen Grinsen war er ein quirliger Kerl, der es liebte, Streiche zu spielen und Unfug zu stiften. In seinem gemütlichen Bau unter den Wurzeln einer riesigen Eiche hatte er sich ein Zuhause voller Schätze eingerichtet, glänzende Kieselsteine, funkelnde Federn und sogar einen abgekauerten Apfelrest, den er einst von einem frechen Eichhörnchen erbeutet hatte. An einem warmen Frühlingstag, als die ersten Sonnenblumen ihre goldenen Köpfe aus der Erde streckten und der Duft von frischem Moos die Luft erfüllte, saß Knirps aus seinem knorrigen Baumstumpf und polierte mit großer Sorgfalt eine besonders schöne Eiche. Plötzlich durchbrach ein herzzerreißendes Schluchzen die Stille des Waldes. Neugierig wie er war, lauschte Knirps und folgte dem Geräusch, bis er an eine Lichtung gelangte, wo er ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen und kullernden Tränen entdeckte. Das Mädchen, Anna genannt, hatte sich verirrt und den Weg aus dem dichten Wald nicht mehr finden können. Hilflos saß sie auf einem bemusten Stein und schluchzte bitterlich. Knirps, der sonst eher Schabernack liebte, war von Mitleid mit dem Mädchen erfüllt. Er beschloss, ihr zu helfen. Mit einem schelmischen Lächeln und einem Zwinkern in seinen Augen versprach Knirps dem Mädchen, sie sicher nach Hause zu führen. Zunächst war Anna skeptisch, denn sie hatte schon oft von den Kubulden des Waldes gehört, die als schelmische und manchmal bösartige Geschöpfe bekannt waren. Doch Knirps, freundliches Wesen und seine warmen Worte überzeugten sie schließlich, ihm zu vertrauen. So machten sie sich gemeinsam auf den Weg. Knirps führte Anna durch das dichte Unterholz, vorbei an alten, knorrigen Bäumen und murmelnden Bächen. Unterwegs erzählte er ihr lustige Geschichten von sprechenden Eichhörnchen, tanzenden Pilzen und Kobulden, die nachts heimlich durch die Dörfer streiften. Anna, fasziniert von Knirps, Erzählungen und seiner fröhlichen Art, vergaß bald ihre Angst und folgte ihm vertrauensvoll. Die Zeit verging wie im Flug und schon bald erreichten sie den Rand des Waldes. Dort erblickte Anna endlich ihr kleines Zuhause, das am Rande der Lichtung lag. Überglücklich und voller Dankbarkeit hüpfte sie zu Knirps und umarmte ihn fest. Danke, Knirps, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln. Du hast mir mein Leben gerettet. Ich werde dich niemals vergessen. Knirps grinste zufrieden. Er hatte nicht nur ein neues menschliches Freundschaftsgefühl kennengelernt, sondern auch gelernt, dass es manchmal wichtiger ist, anderen zu helfen, als Unfug zu stiften. Komm mich bald wieder besuchen, sagte er zu Anna und winkte ihr zum Abschied zu. Ich erzähle dir dann noch mehr Geschichten aus dem Wald. Anna versprach es ihm und rannte dann freudestrahlend zu ihrem Haus. Knirps sah ihr noch lange nach, bis sie schließlich in der Tür verschwand. Dann hüpfte er fröhlich zurück zu seinem Bau unter der alten Eiche. In den folgenden Wochen und Monaten wurden Knirps und Anna unzertrennliche Freunde. Sie spielten zusammen im Wald, erkundeten geheime Verstecke und teilten ihre Geheimnisse miteinander. Knirps brachte Anna bei, wie man auf Bäume klettert, Blumenkränze windet und mit den Eichhörnchen spricht. Anna hingegen lehrte Knirps, wie man Menschenlieder singt, Blumenbilder malt und Geschichten erfindet. Durch ihre Freundschaft lernten beide viel voneinander. Knirps merkte, dass es im Leben mehr gab als Streicher und Schabernack, und Anna entdeckte die Magie und den Zauber des Waldes. Eines Tages, als der Sommer langsam in den Herbst überging und die Blätter sich bunt färbten, kam Anna mit einem kleinen Geschenk zu Knirps. Es war ein wunderschönes Amulett aus Holz, an dem ein funkelnder Stein hing. Für dich, sagte sie mit einem Lächeln. Als Dankeschön für deine Hilfe und unsere Freundschaft. Knirps war gerührt von Annas Geschenk. Er nahm das Amulett um seinen Hals und versprach, es immer zu tragen. Von diesem Tag an waren Knirps und Anna nicht nur die besten Freunde. Ende Möchtest du noch tolle Geschichten aus der Welt des Geschichten bot? Du fandest diese Geschichte interessant? Dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch, Klick oder ein Teilen des Videos. Möchtest du noch an den Daumen hoch, Klick oder ein Teilen des Videos.